Sefihübi David und Gute Laune Zip singen Feliz Navidad oder so. Bro, ich seh doch jetzt schon, dass das AI ist. Das ist nicht mein Gesicht. Und David sieht auch sehr weiblich aus. Aber Freunde, wisst ihr, woran man erkennt, dass es auf gar keinen Fall echt sein kann? Ich meine, man erkennt es natürlich sowieso. Schaut euch mal an, was für blitzeblank weiße große Zähne ich habe. Ich bin zahnlos LP. Ich bin der Typ, wo die Leute regelmäßig in die Kommentare schreiben, hat der Typ überhaupt Zähne oder ist der 90. Bro, David sieht einfach aus, als ob er gleich zum Blowjob ansetzt. Gute Laune, die das Mund hat, die Größe von dem Baby. Sefih schreit. Und ich habe einfach eine riesen Kauleiste. Also bei keinem von uns sieht das real aus.